Alter, die ist genauso groß wie die. Kann man da nicht eine Motto haben? Alter, warum ist denn der Dodo so groß wie Pony, Alter? Nee, ich stehe am Abhinein, deswegen. Alter, guck mal, wenn du hier stehst, der ist genauso groß, ey. Vorsicht, sonst partys ich noch mit dir. Das könnte durchaus passieren. Der Riesendodo. Der Riesendodo. Ich würde die Nacht mal kein Auge zu machen, Pony, ne? Ja, da wäre ich gar nicht vorsichtig. Charlotte hat es auf sich abgesehen. Guck mal, die guckt schon so notgeil. Charlotte, mhm. Die laufen schon niedlich, ne? Aber sind halt doofe Viecher. Ja, sehr doofe Viecher. Aber die hier Charlotte. Die würden einen T-Rex angreifen, die dummen Viecher. Gut, das musst du denen befehlen, aber... Guck mal, was Pony macht. Der versucht, den Weg zu versperren. Aber du bist schon so eine kleine, miese Drecksau. Ah, Freunde, ich sag euch, ich sag euch. Hat dein Pony bestimmt auch in der Schule gemacht. Hat sich vor die kleinen Kinder gestellt und hat gesagt, du kommst nicht vorbei. Oder du gibst mit deinem Milchgeld. Was ich gerne gemacht habe, ist, dass wenn jemand an mir vorbeiläuft, einfach nur mit dem Finger an die Stirn halten und dann kann er nicht dagegen ankommen. Und dann hält sie nach hinten. Was? Alter, Pony, du bist echt... Fand ich toll. Was? Ich verstehe nicht. Verstehe ich nicht. Na, wenn du jemanden, der vorbeiläuft, einfach nur an der Stirn hältst, verliert er das Gleichgewicht. Du kannst nichts dagegen machen. Es ist einfach irgendwie... Keine Ahnung. Wenn jemand vorbeiläuft, an der Stirn halten. Ja, aber nur wenn er nicht so vorbereitet ist. Wenn du darauf vorbereitet bist, dann... Ja, dann geht's natürlich nicht, aber... Oder wenn du schnell reagierst, dann hast du auch keine Chance. Aha. Ja, wenn er so... Äh, aua, wo ist denn jetzt hier Charlotte? Charlotte, wo bist du? Hallo? Die Bad... Wo ist denn das wie... Ey, das sag ich jetzt nicht. Alter. Im Felsen. Ach, haben wir schon wieder festgepackt, die... Boah, also echt. Ähm, ich hab mal zwei... Achso, ich hol mal gerade Spark Powder aus der Kiste raus und pack das in den Mörser, aber das ist... Ach nee, kann ich gar nicht, glaub ich. Nee, nee, das geht... Doch, kannst du, klar, natürlich. Achso, stimmt, ja. Spark Powder geht ja. Hab ich auch mal da rein. Boah, nee, du hast auch echt Spaß, ne? Herrlich, herrlich, herrlich. Ach, Narkotik hab ich sogar schon gelernt. Na, herzlichen Glückwunsch. Hab ich auch Gunpowder gelernt, nur mal so. Ach, die War Drums könnte ich auch schon lernen. Haha. Nee. Bitte, also... Du weißt, was passiert, wenn du War Drums baust, ne? Ach. Diese Kommune wird viel, viel fröhlicher. Gehen wir aus dem Türrahmen, Fräulein, ich muss da rin. Warum? Darum. Du hast die Tür kaputt gemacht. Und den Türrahmen. Ist mir scheißegal. Ich repassiere das jetzt nicht, nee. Nee, brauchst du auch nicht. Nee, ist okay. Nö. Ja, nee, ist okay. Nö, nö, ja, nö. Ja, ja, ja. Achso, das ist schon die zweite Piste. Die kommt nicht weiter. Fiesling, echt, du bist so fies. Alter, du bist so fies. Das ist so gemein. Boah, jetzt trete er um. Boah. 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 Geht doch heulen. Boah. Wein doch, Wein doch. Boah, ist er jetzt geschafft? Du stinkst doch nach Pipi. Ich kann das gar nicht reparieren. Warum kann ich das nicht reparieren? Weil es wahrscheinlich wieder Cooldown hat, oder? Nee, gar nicht. Da steht nichts. Also steht nur Repair. Ich habe die Sachen in der Tasche, aber will nicht. Recently damaged. Repairable in 2 minutes in 7. Ja, warum steht das bei mir nicht? Ja, bei mir auch. 2, 1. Wo ist denn der doofe Dodo? Du musst ein bisschen mal weggehen, dann steht es da drüber. Der steht vor der Tür. Der kommt wieder nicht die Tür durch. Die sind zu doof, um durch die Tür durchzugehen. Ich sehe nicht diese Viecher. Kloppt. Ich würde ihn jetzt gerne schlagen, aber dann kriege ich wahrscheinlich wieder Hate. Nee, ist okay. Also ich meine, wahrscheinlich nicht. Nein. Komm Charlotte, komm mal rin hier in die Hütte. Komm rin. Alter, was ist das für ein blödes? Boah, ich prügel die jetzt rein. Warte. Geh da rin. Ja, prügelt Dodo. Geh da gefälligst wollen. Ja, Pony prügelt Affen und du prügelst Dodo. Das finde ich nicht gut. Ach so, ich glaube, das liegt daran, weil die mir gar nicht mehr folgt. Warum? Äh? Warum folgt? Charlotte? Als Zwerverling? Scheiße, der war Schallowing Ocelot? Ja, ich habe gerade... Jetzt, jetzt, jetzt. Du Knaller. Ich bin reingegangen, dann werden die mir gefolgt. Ja, wenn du Knaller... Ich bin reingegangen, voll... Äh, gradiert. Boah. Was willst du? Ach man, ihr seid recht. Nee, du. Nee, wieso ich? Ja, weil... Gar nix. Oh, cool. Ja, verrottetes Fleisch. Zerrottetes Fleisch. Hier. Poddy. Oh, yeah. Was geht? Alter. Aha. Machen wir jetzt die Five-Konzert, oder was? Oh, yeah. Alter. Aber die Olle weiß auch nicht mehr, was abgeht. Boah, wir treiben das viel in den Wahnsinn. Vielleicht explodiert das einfach. An der Stelle bitte die Animation einfügen. Oh, yeah. Oh, yeah. Du wolltet das jetzt? Okay, Schluss jetzt. So, feiern. So, ähm, aus. Ich brauch, äh... Pony, kommst du mal grad bitte? Wir gehen mal auf Jagd. Wir brauchen Fleisch. Jo. Fleisch. Fleisch. So, ich mach jetzt hier... Guck mal, ich hab hier so... Ich hab noch was gefunden. Okay, auf geht's. Auf, Tomate. Ach, cool. Der ist auch doof. Ach, cool. Der ist auch doof. Ach, cool. Geile Aussage. Hast du was gesagt, May? Nee. Ich hab elf Fleisch. Hab nicht gehört. So, dann können wir ja immer wieder Fleisch reinklopfen. Fleisch. Du hast elf. Ich hab sieben. Okay. Ich glaub, der penne ja gar nicht so viel Fleisch. Nee, nicht so viel. Hm, nee, nicht so viel. Alter, was ist denn los mit dem Wayne, ey? Der verarscht uns heute, kann das sein? Aber ja, ganz im Ernst. Ich glaub, wir müssen den mal mobben. Ich glaub, wir müssen den mal... Ja, fang doch mal an, Freunde. Ich warte ja nur. Wieso umbringen? Kannst du alles nur mit Gewalt lösen? Ja. Und nimm mir deinen harten, langen Speer aus dem Gesicht. Nein. Er steht da so durch, ey. So. War Pony. Da stehe ich drüber. So, das ist euer Mobbing jetzt hier gewesen, ja? Also euer... Nee, Opfer mobb ich nicht. Wir trauen uns nicht bei dir, weil du aus dem Ghetto kommst. Ja, ich weiß. Ich drohe euch dann auch gleich mit dem Ableben, ne? Ja, mit dem Ableben. Ey, der Dodo hat neigelegt, geil. Cool, verkaufe ich. Auf Ebay. Wir brauchen mehr Kisten. Weil du das gerade sagst. Sag mal, kennst du einen D-Bachi D700 Kassettenrekorder? Den habe ich heute bei mir im Keller gefunden und das ist richtig holzverkleidet. Richtig gutes Ding, also es sieht richtig schick aus. Aber ich kenne das Gerät an sich nicht. Käsewurst. Ja, Schinkenwurst. Käse. Leberwurst. Alter, hier ist alles zerstört. Alles damaged. Boah, der ganze Boden, die Wände, alles. Alles, alles. Weil die hier so randaliert haben. Los, repariere. In der Schokolade ist gesund. Da ist Kindermilch drin. Ja. Und in Schinkenwurst, in Veramina, in Terrarium, in Terrarium, in Erdbeckieber. So, unsere Lebensmittelkiste ist auch voll. Guckt euch mal den Pony an. Der hat so kleine dünne Ärmste. Schaut euch mal den Pony an. Kleine Flusen. Wie der Pony tanzen kann. Kleine Flusen. Wir haben auch keine Zeit. Was haben wir nicht? Wir haben auch keine Lebensmittelkiste mehr. Was für eine Lebensmittelkiste? Hast du was gehört, Otze? Ich habe nichts gehört. Auch nicht. Guckt euch das mal an. Er hat ein kleines Kreuz. Wayne the Rock Johnson kann einpacken. Aber dann so Ärmchen. Wayne. Was ist das? Wayne the Rock. Wayne the Rock Johnson. Yeah. Wayne the Rock Johnson. If you smell when the rock is cooking. Nee, aber ich schmelle, wenn du... Ja, kenn ich. Aber ich schmelle, wenn du kackst. Eigentlich habe ich darauf gehofft, dass er... Schniefste weg, ne? Hier. Kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht. Hier, ich habe dir was hingelegt. Kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht. Ja, ja. Oh, war es das alles? Ist das alles, was du kannst? Ist das alles, was du kannst? Oh, ein bisschen lame. Oh, komm. Na, komm. Kann ich auch schon mal... Komm, ich komme näher ran. Nee, nee. Baumaterial. Mit Baumaterial lassen wir nicht spaßen. Wir haben uns aber heute auch wieder alle ganz doll lieb, wa? Halt die Fresse. Fick dich. Was? Bitte? Habe ich nicht? Nee. So, äh... Ich wollte Kisten bauen. Hast du was gehört, Pony? Holz? Fiber habe ich ja noch. Wir brauchen keine normalen Kisten. Jetzt warte doch mal mit dem Kisten bauen, bis wir große Kisten machen können. Habe ich sowas? Ich lerne mal einen Schrank. Was? Richtig. Bist ein Schrank. Was? Ich bin ein Schrank, ja. Was? Und Wooden Foundation mache ich jetzt mal. Was? Eißer. Kriege ich den noch mal raus? Was? Ha? Das wäre auch mal. Was? Hä, ja auch mal. Brauchst du dich? Hm? Hä? Was? So, Pony, willst du eine Zwille haben hier? Schinken, wo was? Was? Schinken, wo was? Wenn du die haben willst. Was? Schinken. Willst du die haben? Wie bitte? Schinken. Was? Die haben? Nein, Schinken. Was? Was? Willst du die haben? Nein. Ey, Freunde, ihr wisst schon, dass es jetzt ein bisschen doof läuft hier, ne? Okay, willst du die haben? Ah, geht das. Wie doof läuft. Was denn? Ach, wenn ich ihn gehauen. Scheiße. Ja. Ah, scheiße, da war ja was. Ach, da war ja was. Da war ja was. Aber ich mache mal ein bisschen Narkotik, damit uns nicht das ganze Spoilt mit Spoilt. Hahaha. Spoilt mit Spoilt. Mhm. Ist okay? Ist okay? Ja, ich lerne ihm mal ein paar Sachen, ne? Also ich meine, ich habe so viele, so viele Dinge, wie so viele Punkte. Oh, geil. Hydepants könnte ich machen. Hm. Und einen Schrank. So, ich habe Schrank gelernt. Ist das geil oder ist das geil? Schön, back den Eis. Ja. Ja, ich back wie ein Fisch, Alter. Fisch? Und deine Katze back ich mir auch, Alter. Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Das ist, äh, da wehre ich mich nicht. Ja, ich weiß. Also meine Frau wird sich eventuell dagegen wehren, aber, äh, nee, eigentlich nicht. So, holen Sie. Aber ist immer noch nicht repariert hier. Ja, back den, back den Fisch, ne? Kennst du ja. Der Pony braucht wieder Aufmerksamkeit. Komm, lass uns. Ja, ja, nee, ist okay. Nee, ist das okay? Pony, das machst du sehr toll. Wer der? Kennt ihr die? Nee, man muss die Kinder, man muss die auch ermutigen. So, ich baue jetzt. Man muss den auch ab und zu mal in die Offe Fresse schlauen, ne? Ach so. Du würdest deine Kinder also mit Gewalt erziehen. Das Thema hatten wir zwar schon mal, aber. Das Thema hatten wir echt schon mal, ja. Wirklich? Langsam, äh, langsam wiederholen wir uns, ja. So, also sechs. Und Zen. Hier, komm, rennen. Hier, warte, 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 warte. Keine Heidkiste mehr? Nee, ne? Na, warte doch. Ich habe Heid hier in der Tasche. Musste ich rausnehmen, weil kein Platz. Ach so, nee, warte mal. Das stelle ich mal. Die Schränke mache ich mal so ein bisschen. Warte, 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 warte. Na, ich bin gespannt. Da gibt es ja einen Trick, ne? Um Platz zu sparen, stellt man die Schränke nämlich so nebeneinander. So, warte, ich mache mal Detail drin. So, wie wir auch die Kisten nebeneinander gestellt haben. Nur halt mit Schränken, ne? Ich muss auch mal das Fiber kurz reinmachen. Das geht nicht anders. Ja, mach das Fiber rein. Ja, ich sage dir bloß Bescheid, weil ich weiß, dass du gleich wieder den Koller kriegst, weißt du, deine Tage vorzeitig und so. Meine Tage? Ja. Nein. Na, komm. Nein, verdammt. Alter, komm, mach hier keine Zicken. Ich will ja bloß das Ding hinstellen. So. Siehste, siehste? Geil, oder? Also, ich würde sagen, haben wir dann erstmal die erste Fuhre hier erledigt, ne? Erster Dodo. Also, eine Sache können wir schon mal abhaken. Ja. Gut, jetzt schnapp ich mir mal Sachen und repariere mal hier alles, was die Leute hier kaputt gemacht haben. Das ist das kräftige Fälle. Oh, danke schön, das wollte ich mir gerade rausnehmen. Ja, ich weiß. Ja, du halt. Ja, ich will. Warum liegt denn da eine Steinschleuder? Ja, die habe ich, ich habe Pony gefragt, der hat nie geantwortet. Ich habe sie einfach da reingelegt. Achso. Ich möchte die nicht haben. Und wenn wir das jetzt gemacht hätten, dann hätten wir uns von dir was anhören dürfen, ne? Ich habe es zu Pony gesagt und wenn der nicht reagiert, ist mir das ideal. Ist okay, Alter. So, ein bisschen Setsch und ein feuchertes Fiber. Achta. Setsch und Fiber, diese beiden. So, wir können eigentlich schon wieder ein bisschen Tameritis machen. Wie, wer schießt da? Oh, guck mal. Alter, der macht sich hier schon Bogen und so. Ich habe, ich habe das eben gesagt, aber das interessiert ja wieder keinen. Nee, hast du nicht. Doch, habe ich. Ich habe gesagt, ich mache mir einen Bogen. Und er sagt, was sagtest du noch? Wegen Trankgleser-Fallen müssen wir aber noch warten. Nee, ich dachte, du lernst das einfach nur. Weißt du nicht, dass du gleich hier einen machst, weißt du? Anstatt denn zu sagen, von wegen... Am Schluss habe ich gesagt, ich mache einen. Wollt ihr auch einen Bogen haben? Ja, natürlich. Los, mach hin, Alter. Guck, pass auf. Dann lege ich schon... So was fragt man aber gleich, weißt du? Interessiert mich nicht. Und nicht... Ja, ja, klar, weil du kein Teamplayer bist, weißt du? Ja, guck, guck, hier sind sogar 46 Pfeile. Könnt ihr euch aufteilen. So, was brauche ich hier für einen... So. Und dann gehst du bitte in die Ecke und schämst dich, ja? Dass du hier nicht mitdenkst. Ach, ihr könnt mich mal in die Ecke stellen und schämen, ey. Ja, könnt mich mal in die Ecke stellen. Das ist kein Problem. Können wir für dich machen. Der Pony ist aufgefallen. Ach so, mir natürlich nicht, ne? Natürlich ist es dir nicht aufgefallen. Nee, natürlich nicht. Auch wenn ich es gesagt habe. Ja, nach Pony. Ja, ja, klar. Du hast echt ein Problem, Alter. Du hast echt irgendein Problem. Ein Problem mit dir, ey. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. So. Das ist Ende von unserem Let's Play. Wir haben uns jetzt gestritten und reden nie wieder miteinander. Wir reden nie wieder. Nie wieder. Das ist jetzt alles repariert. Sieht gut aus. Alles gut, alles gut. Alles wieder schön. So, Freunde. Hier ist noch einer drin. Äh, Freunde, Freunde. Freunde, Freunde. Ja. Wollen wir noch eine kleine Aufnahmepause machen? Nein. Ich muss mich da auch mal um was kümmern. Okay. Na, machen wir ein kleines Päuschen. Fünf Minuten und dann sind wir gleich wieder am Start. Okay. Dann würde ich sagen, hier, Charlotte. Sag mal Tschüss. Alles klar. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020